Grüezi und willkommen am magischen Lagerfeuer. Das Lagerfeuer brennt zwei Minuten runter und wieder zwei Minuten hoch. Einfach damit ihr euch nicht wundert, warum es dann plötzlich vielleicht auch wieder größer ist. Es gibt Neuigkeiten. Nein, wir müssen nicht reden. Es gibt Neuigkeiten. Also alles gut. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr nicht unbedingt einen Adblocker nutzt, dass am Anfang des Videos eine kurze Werbung kam. Das liegt daran, dass der Kanal ein Topf im Wald. Inzwischen die Hürden geknackt hat, um im YouTube Partnerprogramm aufgenommen zu werden und ich dementsprechend meinen Kanal monetarisieren kann und das auch, wie ihr seht, getan habe. Denn wenn man mit den Einnahmen von den ab und an mal kommenden Videos ein bis zwei Mal im Jahr schön essen gehen kann, ist das ja auch toll. Also nur kurz in den letzten zwei Tagen habe ich 45 Cent verdient ohne einen Upload. Also wird es sich dann irgendwann zusammen läppern und freue mich, dass da, ja, wie sagt man, eine kleine Gegenleistung im Sinne von Geld da zustande kommt. Natürlich mache ich die Videos auch so ganz gerne, also versteht mich da nicht falsch. Aber letztendlich ist es ja auch schön, wenn man dann nebst wunderbaren Kommentaren, Logo und Anerkennung und sehr guten Tipps, die ich von euch immer wieder erhalte, wie man etwas anderes oder besser machen könnte. Da lerne ich auch immer sehr viel dazu. Das ist auch sehr spannend. Aber wenn man da auch noch einen kleinen Batzen, wie wir Schweizer sagen, also eine kleine Münze im Geldbeutel mehr hat, ist das natürlich auch eine feine Sache. Im YouTube Creator, also dem Programm, wo man die Videos einstellt, die Vorschaubilder macht, Titel etc., kann man natürlich auch ganz viele Werbeoptionen anwählen. Ich möchte euch nicht vollklatschen mit Werbung, mache es so wie Ben auch, also anfangs, also vor dem Video und nach dem Video kann potenziell YouTube eine Werbung schalten. Zwischendrin möchte ich nicht, dass es unterbrochen wird und dementsprechend kann ich das auch abwählen. Ihr unterstützt jemanden, der YouTube-Videos macht, mit Werbung gucken, ganz einfach, indem ihr halt eine Werbung durchlaufen lasst. Also auch solche, die man überspringen kann. Durchlaufen lasst, weil erst dann zählen sie quasi als geschaute Werbung und werden entsprechend vergütet. Heisst jetzt natürlich nicht, dass ihr Werbungen von über 5, 7, 3, 12, weiß ich wie viele Minuten gucken sollt, außer ihr müsst sowieso gerade noch ein Glas Wasser holen oder kurz auf Klo oder so. Dann müsst ihr sie auch nicht schauen, sondern es reicht einfach, wenn sie durchläuft. Die zweite Neuigkeit betrifft das Amazon Partnerprogramm. Ich habe jetzt einen Takt mit Amazon gestartet. Ich bin einfach neugierig und möchte mal sehen, wie viel kommt dabei rum oder auch nicht. Ich habe mir für das Experiment, jetzt ist Mitte September, bis Ende Jahr Zeit gegeben, um mal zu gucken, wie viel kommt da zusammen. Ich möchte Amazon eigentlich nicht wirklich unterstützen, was die ganze Sache natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Denn am Anfang muss man ja schon auch ein paar vernünftige Produkte verlinken und da kriegt man, je nachdem, in welcher Kategorie das Produkt ist, so zwischen 5 und 10 Prozent Provision, wenn man genau das Produkt kauft. Aber man kann natürlich auch auf Amazon dann weiter shoppen gehen, sozusagen. Und wenn man irgendwas anderes einkauft, unterstützt man trotzdem denjenigen, dessen Link man vorher angeklickt hat, mit 1,5 Prozent vom Einkaufswert. Ja, letztendlich leppert sich das irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in den zweieinhalb Monaten kaufen 100 Leute was von Amazon, weil sie es sowieso brauchen, bitte geht nicht jetzt hin und kauft einen Suppenlöffel bei Amazon, den ihr auch einfach in den Supermarkt ums Eck holen könnt. Also halt mit Mass, wenn man sowieso mal was braucht und vielleicht auch gerade in einer ländlicheren Gegend ist und halt nicht die Möglichkeit hat, etwas dann vor Ort im Laden zu kaufen, sondern sowieso bestellen muss, ja, nutzt man halt mal Amazon, geht uns ja auch so. Jetzt bin ich abgeschweift. Also Rechenbeispiel sind, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass vielleicht 100 Leute über den Amazon-Link bis Ende Jahr sowieso was kaufen und dann denken, hey, die hat doch da mal irgendwas gepostet, da könnte ich mal draufklicken und ohne, dass es mich mehr kostet, die Evelyn unterstützen. Wenn das 100 Leute machen, im Schnitt, keine Ahnung, gibt man 50 Euro aus, dann wären das 5.000 Euro und jetzt davon die 1,5 Prozent genommen. Das wären 50 plus die Hälfte dazu 75 Euro, was ja eigentlich auch schon gar nicht mal so schlecht ist. Einfach so als passives Nebeneinkommen. Daher dachte ich mir, wir probieren es einfach mal aus. Ich lasse euch dann wahrscheinlich im Januar wissen, wie es ausgegangen ist quasi, beziehungsweise auf was für Zahlen wir kommen, denn ich glaube, das könnte auch für euch spannend sein. Die Links, die ich euch poste, werden natürlich schon im Großen und Ganzen etwas mit dem Kanal zu tun haben. So habe ich euch zum Beispiel jetzt meinen kleinen Mini-Spingbesen und eine Möglichkeit aus Holz wie auch aus Kunststoff für einen kleinen Pfannenwender, unten verlinkt in der Videobeschreibung. Mit Ben bin ich noch im Gespräch, ob ich im Dezember bei seinem Adventskalender ebenfalls einfach als Kommentar einen Affiliate-Link im Sinne von Weihnachtsgeschenke, die man nicht braucht zum Beispiel, jeweils unter das Video kommentieren darf oder nicht. Er selber ist ja da, wie sagt man dem, sehr ideologisch gegen Amazon und findet dann auch, ja, nein, dann will ich damit auch kein passives Einkommen generieren und da will ich nichts mit zu tun haben. Da habe ich ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge, schließlich wollen Rechnungen bezahlt werden und auch ein warmes Dach über dem Kopf sowie lecker essen auf dem Teller ist eine feine Sache. Also kurz zusammengefasst, wenn ihr sowieso etwas von Amazon braucht und dabei mich bzw. halt indirekt auch Ben gerne damit unterstützen möchtet, klickt doch unten auf den Link und kauft, was ihr sowieso braucht. Bitte geht jetzt nicht extra hin und kauft eine Yacht, nur weil ihr uns unterstützen wollt. Da gibt es andere Wege und Mittel, würde ich sagen. Ja, seid vernünftig, geht nicht jeden Quatsch bei Amazon kaufen, was ihr auch im Supermarkt ums Eck kriegt. Aber wir alle wissen hin und wieder mal, kommt man um so eine Bestellung fast nicht rum, außer man fährt entweder ganz weit oder wohnt halt wirklich an einem Ort, wo es entsprechende Fachgeschäfte auch gibt. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt einigermaßen klar ausgedrückt. So, jetzt bin ich natürlich noch gespannt, was ihr von diesen beiden Vorhaben haltet. Ob ihr jetzt sagt, ja, nee, kannst du gar nicht machen, das ist ja alles furchtbar. Ich muss sofort deabonnieren und alle Videos, die ich je gesehen habe, vergessen. Oder ob ihr findet, ja gut, kann man machen, tut mir ja nicht gross weh. Ich habe eh einen Adblock und bestelle sowieso nichts bei Amazon. Oder irgendwas dazwischen. Wird wahrscheinlich bei den meisten der Fall sein. Ja, das war es mit den Neuigkeiten. Hat jetzt auch schon lange genug gedauert. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bin wirklich gespannt, was ihr zu schreiben habt. Und ja, es ist halt kein einfaches Thema, ne. Aber letztendlich nimmt man ja auch einen Euro vom Boden auf, wenn er da liegt. Also, warum sollte man jetzt nicht auch mit gewissen Konzernen zusammen kooperieren? Ja. Ja, hatten wir schon. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Was übrigens bald kommen wird, ich habe versucht, verschiedene Varianten von Beef Jerky zu machen. Dies als kleiner Spoiler. Macht's gut, schönen Abend und tschüss. Bis zum nächsten Mal.